ja hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten videoteil zum thema teilkostenrechnung im ersten videoteil haben wir uns ja angeschaut wie man kosten unterscheiden kann und ihr kennt die unterscheidung in variable und fixe kosten und die unterscheidung in einzel- und gemeinkosten und dann habt ihr in diesem video ja auch gelernt dass die lara wolf kg also unser beispielunternehmen drei waren anbietet und mit diesen drei waren machen wir jetzt auch weiter jetzt muss ich euch gleich warnen denn jetzt kommen einige zahlen auf euch zu müsst ihr euch jetzt nicht alle merken schaut sie euch einfach mal an und im weiteren verlauf des videos gehen wir noch mal genauer darauf ein vom fahrradmodell hat das unternehmen in einem monat 500 stück verkauft das ist dann die absatzmenge der verkaufspreis dieses fahrrad beträgt 600 euro und die variablen kosten belaufen sich auf 400 euro jeweils pro stück vom zweiten fahrradmodell hat das unternehmen im gleichen monat 700 stück verkauft und der verkaufspreis liegt bei 1000 euro pro stück bei variablen kosten in höhe von 600 euro pro stück und von der dritten ware vom fahrradhelm hat das unternehmen 400 stück im monat verkauft der verkaufspreis liegt bei 40 euro pro stück und die variablen kosten bei 10 euro pro stück jetzt könnt ihr euch diese werte einfach mal ansehen und mal selber beurteilen ob ihr meint ob die lara wolf kg mit den waren hier ein gewinn erzielt hat und diejenigen von euch die im ersten video teil aufgepasst haben die erkennen natürlich sofort dass man hier nicht feststellen kann ob das unternehmen mit den drei waren einen gewinn erzielt hat denn dann habt ihr sicher sofort gemerkt dass hier noch die fixen kosten fehlen und zwar sollen die fixen kosten in diesem monat 300.000 euro gewesen sein so und jetzt könntet ihr natürlich mit einem taschenrechner oder mit einem tabellen kalkulationsprogramm sofort errechnen ob das unternehmen in diesem monat einen gewinn erzielt hat und das habe ich für euch mal gemacht der gewinn beträgt dann 92.000 euro pro monat ja warum müsst ihr euch jetzt diese ganzen zahlen ansehen ihr sollt mal ein gefühl dafür bekommen ob euch hier irgendetwas auffällt deswegen schaut euch die einzelnen werte noch mal an und vielleicht erkennt ihr und an der stelle ein problem aber wer das nicht entdeckt ist ja nicht so schlimm das unternehmen erzielt jedenfalls insgesamt mit den drei waren einen gewinn und das ist ja schon mal ganz gut damit ihr einen besseren überblick über die ganzen werte bekommt bietet es sich natürlich an diese in einer tabelle darzustellen das habe ich dann auch mal gemacht ihr könnt aus dieser tabelle die monatlichen absatzmengen den verkaufspreis pro stück und die variablen kosten pro stück ersehen im nächsten schritt habe ich jetzt mal die umsatzerlöse berechnet ihr wisst ja die umsatzerlöse berechnet man absatzmenge pro monat mal verkaufspreis pro stück und dann erhält man bei der ware zum beispiel einen umsatz in höher von 300.000 euro im nächsten schritt habe ich jetzt mal die gesamten kosten die in dem unternehmen in diesem monat angefallen sind abgezogen jetzt müsst ihr beachten dass die gesamten kosten die hier dargestellt werden sich ja ergeben aus den variablen kosten und den fixen kosten das wisst ihr aus dem ersten video teil die variablen kosten berechnet man dann absatzmenge pro monat mal variables stück kosten so und dann erhaltet ihr nämlich folgendes ergebnis mit der ware a macht das unternehmen weder gewinn noch verlust mit der ware b kann das unternehmen 180.000 euro in diesem monat erzielen und mit der ware c wird ein verlust erwirtschaftet in höhe von 88.000 euro das wird dann insgesamt dazu dass wir den bereits bekannten gewinn in höhe von 92.000 euro pro monat erzielen und jetzt fällt euch vielleicht auf worauf ich euch eben hingewiesen habe denn diese jetzt transparente übersicht über die umsatzerlöse und kosten je ware macht ja deutlich wie sich der gewinn in höhe von 92.000 euro zusammensetzt und euch ist ja aufgefallen dass das unternehmen mit der ware c einen verlust erzielt und genau das ist dann auch der sinn warum man sich mit sowas überhaupt beschäftigt denn ihr könnt euch ja sicher vorstellen dass die lara wolf kg grundsätzlich vor dem problem steht dass sie ja einen gewinn erzielt aber wenn sie sich eine solche detaillierte übersicht nicht erstellt sie aber nicht weiß mit welcher ware erziele ich eigentlich ein gewinn bzw wie bei der ware c mit welcher ware erziele ich eigentlich einen verlust denn offensichtlich ist es ja so dass man mit der ware c einen verlust erwirtschaftet und eigentlich müsste man ja solche produkte aus dem angebotsprogramm herausnehmen denn jetzt könnte man ja vermuten wenn man die ware c aus dem programm heraus nimmt wird der gewinn wohl höher ausfallen und wenn ihr jetzt aufgepasst habt dann habt ihr erkannt dass meine formulierung im konjunktiv formuliert war und das bedeutet ja nichts anderes jetzt versuchen wir einfach mal die ware c aus dem programm herauszunehmen noch mal zur erinnerung wenn die ware c einen verlust erzielt dann wäre es wohl besser die ware gar nicht erst den kunden anzubieten deswegen habe ich jetzt in der nächsten tabelle also auf die ware c verzichtet ich habe die umsatzerlöse für die waren a und b ermittelt und die kosten abgezogen jetzt fällt euch zunächst einmal sicher auf dass die kosten für die ware a und für die ware b angestiegen sind und wenn ihr euch den ersten videoteil angeschaut habt dann wisst ihr auch woran das liegt denn das liegt natürlich an den fixen kosten denn unabhängig davon ob man ware c weiter im programm lässt also anbietet oder nicht die fixen kosten bleiben ja trotzdem bestehen das war ja der grund warum man diese kosten fixe kosten nennt wer das jetzt nicht versteht der muss sich unbedingt den videoteil 1 noch mal ansehen das interessante was daraus jetzt nämlich folgt ist dass die ware a plötzlich einen verlust erwirtschaftet und dass der gewinn bei ware b zurückgeht das ist aber wie gesagt nicht erstaunlich denn wie gesagt die fixen kosten müssen jetzt von den verbleibenden waren a und b getragen werden viel interessanter ist jetzt aber dass der gewinn der vorher 92.000 euro betrug jetzt auf 80.000 euro sinkt und jetzt erkennt ihr was ich eben meinte offensichtlich war es gar keine gute idee die ware c aus dem programm herauszunehmen aber das ist natürlich jetzt sehr verwunderlich denn die ware c hat ja einen verlust erbracht und warum sollte man sie nicht aus dem programm herausnehmen aber wir sehen wenn man die ware c aus dem programm heraus nimmt dann führt das dazu dass das unternehmen weniger gewinn erzielt als vorher und das ist natürlich sehr interessant und warum das so ist das schauen wir uns jetzt natürlich an um jetzt bei den zusammenhängen einen durchblick zu bekommen ist es nämlich wichtig dass man die gesamten kosten in unserer tabelle in die variablen und fixen bestandteile aufteilt das habe ich jetzt hier in dieser tabelle einmal gemacht dann könnt ihr nämlich sehen dass die fixen kosten in höhe von 300.000 euro monatlich hier zu gleichen teilen von ware a b und c getragen werden das ist also eine vereinfachende annahme die 300.000 euro fixkosten werden einfach durch drei geteilt und jeweils ein drittel davon der ware a der ware b und der ware c zugeordnet das führt dann zu keiner änderung beim ergebnis wir erhalten also wieder den gewinn von 92.000 euro aber das hat den vorteil dass man jetzt zunächst einmal einen besseren überblick über die kostensituation erhält ich weise euch an dieser stelle aber auch mal darauf hin dass die aufteilung der fixen kosten zu gleichen teilen auf die einzelnen waren einfach nur eine vereinfachung ist in der praxis könnte man nämlich die fixen kosten die übrigens gemeinkosten sind natürlich viel genauer auf die einzelnen drei waren verteilen aber beachtet bitte dass das natürlich nichts am ergebnis verändern würde das heißt also im ergebnis würde das nur dazu führen dass die einzelnen waren mehr oder weniger gewinn bzw verlust erzielen aber insgesamt würde sich am gewinn von 92.000 euro nichts verändern da müsst ihr mal drüber nachdenken aber das ist tatsächlich so an dieser stelle müssen wir jetzt aber ein kurzes fazit ziehen denn wenn ihr euch die tabelle genau anseht dann werdet ihr erkennen dass zur beurteilung der erfolg situation zum einen der erlös pro stück und zum anderen die variablen stückkosten eine bedeutende rolle spielen und jetzt fragt ihr euch sicher warum ist das jetzt so weil ihr das noch nicht so richtig verstanden habt aber wir belassen das jetzt erstmal so schaut euch also die regel an bei der beurteilung der erfolg situation spielen vor allem die erlöse pro stück und die variablen kosten eine wichtige rolle das bedeutet nämlich umgekehrt dass die fixen kosten zunächst einmal bei der betrachtung nicht so wichtig sind achtet bitte genau auf die formulierung natürlich sind die fixen kosten wichtig aber an dieser stelle lassen wir sie erstmal außen vor das bedeutet dann also zunächst mal nichts anderes als dass wir vorrangig die variablen stückkosten betrachten das ist dann auch der grund warum man solche kostenrechnung teilkostenrechnung nennt weil eben nur ein teil der kosten eine vorrangige bedeutung hat nämlich die variablen stückkosten und jetzt kommen wir zur begründung und dann werdet ihr erkennen warum man das ganze so macht in dieser tabelle habe ich euch nämlich jetzt mal den stückerlös und die variablen kosten der drei waren aufgelistet aus diesen beiden werten berechnet man die differenz und das nennt man jetzt den stückdeckungsbeitrag die formel könnt ihr hier sehen der stückdeckungsbeitrag berechnet sich also stückerlös also erlös pro stück also verkaufspreis pro stück minus die variablen stückkosten warum man das ganze deckungsbeitrag nennt erkläre ich euch gleich erstmal schaut euch nur die formel an dann könnt ihr nämlich aus dieser tabelle entnehmen dass alle drei waren einen positiven stückdeckungsbeitrag erzielen der ist bei der ware b am höchsten bei der ware a nicht so hoch und bei der ware c also bei unserem helm natürlich relativ niedrig aber alle drei sind positiv wer jetzt den zusammenhang schon verstanden hat der erkennt dass dieser stückdeckungsbeitrag dazu dient die fixen kosten zu decken das heißt wir wollen die natürlich nicht aus der ganzen überlegung heraus lassen aber eben nachrangig betrachten was das jetzt bedeutet zeige ich euch in der nächsten tabelle jetzt rechnen wir also wieder den umsatzerlös minus die variablen kosten aber jetzt bezogen auf die gesamte absatzmenge der einzelnen waren dann erhalten wir nämlich bei ware a insgesamt einen deckungsbeitrag pro monat in höhe von 100.000 euro bei der ware b 280.000 euro und bei der ware c 12.000 euro es ergibt sich dann ein gesamter deckungsbeitrag für alle drei waren in höhe von 392.000 euro und jetzt achtet auf die definition der deckungsbeitrag dient jetzt zur deckung der fixen kosten also setzen wir die gesamten fixen kosten die pro monat ja 300.000 euro betragen an und ihr erkennt es ergibt sich wiederum der gewinn den wir schon kennen in höhe von 92.000 euro sondern wenn ihr euch diese übersicht einmal anschaut dann wisst ihr jetzt auch warum man das ganze deckungsbeitrags rechnung nennt denn man rechnet zunächst einmal den deckungsbeitrag je ware aus ermittelt dann die summe der deckungsbeiträge für alle waren und zieht dann davon die fixen kosten ab dann erkennt man nämlich dass alle drei waren zum gewinn des unternehmens beitragen denn jede ware die einen positiven deckungsbeitrag erwirtschaftet trägt ihr dazu bei die fixen kosten des unternehmens zu decken diese regel müsst ihr euch unbedingt merken also noch mal jede ware mit einem positiven deckungsbeitrag hilft die fixen kosten des unternehmens zu decken diese darf man also nicht aus dem programm herausnehmen aus der tabelle könnt er nämlich jetzt auch den grund entnehmen warum man die ware nicht aus dem programm herausnehmen durfte denn ihr kennt ja dass der helm also die ware c insgesamt einen deckungsbeitrag in höhe von 12.000 euro erzielt wenn man die ware c jetzt aus dem programm heraus nimmt sinkt der gewinn von 92.000 euro auf 80.000 euro er verringert sich also das liegt eben daran dass die ware c einen positiven deckungsbeitrag in höhe von 12.000 euro erzielt und sicher habt ihr jetzt dadurch erkannt welchen sinn die deckungsbeitragsrechnung hat denn man darf eine ware nur dann aus dem programm herausnehmen wenn der deckungsbeitrag negative ist denn dann führt eine solche ware tatsächlich dazu dass das unternehmen weniger gewinn erzielt als wenn man die ware nicht in das programm aufnimmt so jetzt habt ihr in diesem video ja gelernt was man unter dem deckungsbeitrag versteht am ende des videos fassen wir das mal zusammen was müsst ihr euch also unbedingt merken das erste was wichtig ist und was ihr euch natürlich merken müsst ist dass bei der teilkostenrechnung der deckungsbeitrag die wichtigste rolle übernimmt um zu verstehen was der deckungsbeitrag ist müsst ihr dann folgende formeln lernen die erste formel zeigt euch wie man diesen stückdeckungsbeitrag ermittelt man rechnet nämlich stückerlös achtung dass der verkaufspreis minus die variablen stückkosten und ihr erhaltet im ergebnis den stückdeckungsbeitrag das ist ja nicht ganz so schwierig im nächsten schritt geht man dann hin und multipliziert den stückdeckungsbeitrag mit der absatzmenge je ware und dann erhält man den gesamtdeckungsbeitrag je ware auch das ist logisch und dürfte nicht so schwierig sein wenn man dann die deckungsbeiträge der einzelnen waren hat rechnet man diese zusammen und erhält dann den gesamten deckungsbeitrag aller waren hiervon zieht man dann die gesamten fixen kosten ab und auf diese weise erhält man dann den gewinn bzw den verlust des unternehmens und natürlich sind diese formeln wichtig die sollte die also unbedingt lernen aber viel wichtiger wäre eigentlich dass ihr den zusammenhang verstanden habt also welche bedeutung der deckungsbeitrag eigentlich tatsächlich hat der deckungsbeitrag einer ware trägt nämlich zunächst einmal zur deckung der fixkosten bei das haben wir ja gelernt und das auch logisch das heißt mit jedem verkauften stück einer ware steigt ja der gesamtdeckungsbeitrag an und wenn die absatzmenge gering ist dann dürfte das nicht ausreichen um die fixen kosten zu decken mit einer zunehmenden absatzmenge sind aber irgendwann diese fixkosten gedeckt und jetzt kommt das besondere sind die fixkosten dann ab einer bestimmten absatzmenge gedeckt dann entspricht der deckungsbeitrag dem gewinn und das ist dann eigentlich das allerwichtigste im zusammenhang mit dem deckungsbeitrag aber wenn ihr das noch nicht so richtig verstanden habt das zeige ich euch dann im nächsten videoteil noch mal etwas genauer und daher wisst ihr auch ich freue mich wenn wir uns im nächsten videoteil wiedersehen macht's gut bis dann tschüss